Yo Leute, herzlich willkommen bei Deiner Aufregers! Hier bei Secret of Mana Let's Play Part Unbekannt mit Yannick, die ist mal da! Hallo! Yannick! Endlich! Endlich! Hallo! Ja, und Cati! Hallo! So, wir sind wieder im Nebelvulkan, wo wir jetzt mal so krass versagt haben und ja, wir haben jetzt so, anstatt zu leveln oder irgendwas zu machen, haben wir jetzt gesagt, wir hauen die jetzt einfach mal... Wir hauen die jetzt einfach mal kaputt und versuchen unser Bestes! Weil die uns mit einem Schlagzeilen und nur 30 kW abziehen! Ups, das war echt, sorry! Und ich muss wieder mit der Tastatur spielen, muss erst mal gucken, wo was ist und irgendwie mach ich komische Sachen und... Yannick, du musst Olli jetzt mal heilen! Ja bitte! Schnell, 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 schnell! Im Menü kannst du chillen! Ja, ich will doch! So, jetzt, weil ich wurde gerade umgehauen! Jetzt bin ich aber tot! Das war ein bisschen zu langsam! Da werde ich halt gleich wiederbeleben! Also... Stopp, stopp, stopp! Ich weiß so! Also! Jetzt belebst du am besten, ähm... Du bist noch gar nicht richtig tot, Cati! Achso, okay, dann... Prosta war's, gell? Und dann Kraftwasser, und dann muss ich nach oben drücken, und so und zack! Vielleicht schaffe ich's und bin noch nicht tot, das passiert auch mal dran! Nein, ich bin tot! Och, Cati macht immer... Manchmal funktioniert das aber! So, okay! Okay! Also, und jetzt gleich nochmal... Nochmal Menü? Und jetzt geht's da... Prosta! Prosta, Prostinger! Prosta, du musst auf einen anderen Patronen gehen! Oh, ich hab auch gedacht... Oh, ich hab auch gedacht, was- doch! Den Palmen! Palmen! Hockey! Okay, Lebensdünger! Lebensdünger auf Cati! Cati nehmen wir! Du bist nochmal heilen! Ja, Moment, hier, so richtig lebend! Hier, warte... Jetzt... Hm... Jetzt genau! Okay, geht o... Oh, und jetzt gehts nicht mehr! Jetzt muss halt auf Andere Menü... Andere Menü, nochmal�... Und das muss ich mir empfehlen. Nuss. Einen Kuss auf die Nuss. Nein, ich glaube nicht, dass das an der Nuss liegt. Bleib mal einfach ganz kurz raus. Geh nochmal kurz raus aus dem Menü. Weil wir nämlich kurz eingeschossen sind. Und du bist wieder tot. Okay, irgendwie kommen wir gar nicht voran. Also nochmal. Also erstmal lang. Ja, das ist ja echt gut. Super stark. Im ersten Raum sind wir. Jetzt nehmen wir erstmal für euch wieder... Ah, nee, stopp. Ich muss erstmal auf die Palme. So, also. Lebensdinger für Kati. Da hast du. So, und ich gebe mir jetzt selber Schokolade. Nein, warte doch mal. Wir brauchen das noch für später, wenn wir keine Nüsse mehr haben. Gut, dann... Geh einfach mal kurz von ihm weg. Ja, und ich bin schon wieder tot. Geh doch einfach mal von ihm weg, wenn du angegriffen wirst. Ja, ich sehe den ja noch nicht mal. Also, Palme. Nein, jetzt gib mir erstmal bitte gerade, dass ich nicht gleich wieder tot bin. Okay, also, äh... Froster. So, ja, Kraftwasser. 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 Und gibst es direkt ins Beiden, weil du hast auch wenig. Ja. Ja. Oh Gott, schnell. Oh, warte. Okay, und jetzt warte. Oh, scheiße. Jetzt warte. 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 Das geht nicht. Das kannst du vergessen. Kannst du echt vergessen. Warte mal. Ich mach jetzt mal Load. Load war 2, ne? Ja. Ja. So. Ich bin nicht ich. Verdammt. Irgendjemand ist ich. Oh, Oli. Was drauf. Ich bin ich. So, Moment. Warte, ich bin nicht mal angemeldet. Jetzt, jetzt doch. Du bist da. Halt. Jetzt, ja. So, wo bin ich denn? Und da bin ich. So. Eile Heil bitte. Sofort, wenn es geht, ins Menü. Genau. Oh, Zeit. Kraftwasser. Warum denn? Du bist der Einzige, der... Nein, gib mir das nur auf Oli. Ah, nur auf Oli. Ja, nicht mal Oli. Richtig. Genau. Gleich mal hier ein paar Zauber fliegen lassen, dass diese Rabauken jetzt mal Oli um den Sack kriegen. Oh ja. Da war aber doch noch einer. Da ist ja nicht nur einer gewesen. Ist immer noch nicht tot der Wichser? Immer noch nicht. Ist immer noch nicht tot. Was soll das denn? Baaah. Ich glaube jetzt ist er tot, oder? Verbrenne! Komm, komm, komm. Blablablablabla. Da dauert die Attacke lange. Ne, das war's. Ich hab'n... Oh toll, jetzt kann ich ruhig. Ja, ist doch egal. Ach so, ein Creme Fuß. Ja, ich seh kaum was. Ja, da oben ist was. Ja, ich seh ihn jetzt. Aber ich seh mich nicht. Der springt übrigens nach vorne. Ihr solltet nicht in der Schussbahn stehen. Okay, ich geh weg. Wo bin ich da? Okay. War kaputt? Ne. Jetzt komm ich mit meinem Halbzuschlag. Ja, dann mach. Aber schnell. Okay. Ne, den. Der ist so warm und so. Weiter. So, das war der erste Raum. Wer hat den ersten Raum geschafft? Sehr schön. Oh Gott, zwei von diesen Creme Friesen. Okay, ich brauch' ne Nuss. Ne Nüsschen. Waren wir nicht schlafen? Das ist scheiße. Ja, das war jetzt. So. Creme Fuß all eh nicht filmen. Hallo, was los? Immer das nach unten gegangen. Oh nein, ihr dürft nicht nach unten. Ich war das nicht. Ich war doch... Ich hab grad gehint, als musst du gewesen sein. Ich war's oben. Ich hab grad die gehauen. Oh egal. Ja, vielleicht war auch einer von euch verwirrt, wenn man dann in die andere Richtung... Stimmt, ja, kann auch sein. Wenn das steht... Ja, dann kannst... Ja, Nick, mach' mal Kraftwasser. Okay, warte, ich muss doch einmal kurz zuschlagen. Nee, das... Nein, das hat Priorität. Okay. Dann... Oh scheiße, ich hab' nur einen genommen. Scheiße. Toll, 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 toll. Und? Und irgendjemand, der ne Schlagwaffe hat, sollte mal diese Gräser da wegmachen, weil sonst stehen wir nämlich... Und jetzt noch heilen. Ähm... So. Ja, so. Ui, ist doch ganz easy. Ja. Ja, ich bin wohl eingekesselt. Und ich war... So, jetzt wohin. Ah, ey. Wo ist mein Menü? Ich kann mein Menü nicht machen. So, dankeschön. Stimmt doch endlich mal. Ja, scheiße. So, jetzt hier. Bah! Dein Schwert ist recht auch. Ah, geil! Ah, geil! Ah, geil! Ich glaub' ich heil mal wieder. Sind wir noch nicht tot. Ja, und... Ja, Nick, du bist tot. Und ich bin tot. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal... Oh, da waren zwei. Scheiße, hab' ich nicht gesehen. So, zapp. Und auf Yannick. Ja, dann ist heilig schnell. Ah, ha, ha, ha. Oh, schau, 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 schau. Äh, Gott, ist das verwirrend. Alter, du heilt tot! Hä? Oh, warum kann ich nichts machen? Du hast nicht gela... Du hast nicht geheilt. Ich bin nicht mal angemeldet. Ja, du wusstest stattdrucken. Nein, aber du tot warst, deswegen. Achso, okay, jetzt, äh... Ja, offenbar musst du es nicht machen. Auf allen. Nur auf Olli. Okay. Stimmt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das für ein Level, ey? Okay, jetzt ist er tot. So. Schön langsam. Am besten nochmal safe. Um safe zu machen, deshalb voll lubig. Wir sind los. Wir sind los. Bist du eigentlich nicht im Team da? Alter, das ist so schwer, das, äh... Das ist unnötig, zu zeigen. Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Was will denn? Zwei Räume innerhalb von sieben Minuten. So, der hat Energie... Der hat jetzt gerade ein Energieschild gemacht, das heißt, das machen wir nicht auf den. Wir machen das jetzt da oben auf die Kristallkröte. Den müssen wir jetzt mit den Waffen angreifen, weil wenn wir jetzt, ähm, den angreifen würden mit... Oh, ich glaub mein Zauber ist gestiegen. Oh ja, jetzt kriegst du aber die volle Breitseite, mein Freund. Boah. Und? Und den können wir jetzt halt nicht mit, ähm, Dings angreifen, weil der Zauber dann zurückprallen würde. Und ich brauche aber auch mal irgendeine Waffe. Danke. Und ich weiß nicht wie in mein Menü geht. Bam! Janik, du musst uns, äh... Oh, da hab ich auch mal ins Menü, das war sehr freundlich. So. Zack. Ja, und Janik, müssen wir Zauber machen am besten. Ja. Zauber. Auf uns alle. Ja. Allheil. Danke, dass ihr noch fertig habt. Ja, schön. Also nochmal. Äh, jetzt machst du es am besten, äh... Auf alle. Ach alle. Machst einfach auf alle. Sau gut. Wie gesagt, du kannst dir im Menü Zeit lassen. Okay. Da ist echt... Ich bin bewusstlos, obwohl ich gerade geheilt wurde. Oh, ich habe genauso viel Schaden bekommen, wie ich gerade geheilt wurde. Gerne. Und jetzt bin ich tot, ne? Oder fast tot. Okay, hab verstanden. Kannst mich nochmal reilen, bitte? Okay, dann hast du nur auf ihn jetzt. Zauber. Oh Gott, da kommt wieder eine Krefel. Ja, den kriegt ein Zauber von mir. Äh... Äh... Meine Fressi, ich spiele es jetzt zum ersten Mal, ey. Ich bin so verwirrt. Ja, das ist aber auch echt schwer, ne? Ja. Ey, ganz ehrlich, du Scheiß-Tack-Pilzver... Alter, wie viel KP haben die denn? Guck mal, der macht da immer Breakdance und zieht mir 500. Sehr gut, ja. Und tot. Und tot. Oh, shit, ja. Nix ist tot. Mach ihm gleich mal Lebens... Ich kann ihn ja gar nicht an, aber ich bin scheiße. Okay, Ali. Lebensdimmer. Ich mach das gerne, Bro. Äh, da. Okay, Bro. Lebe ich wieder, Bro. Am besten nicht neben den Pilz stellen, weil der, ähm... kann euch halt so benebeln, dann seid ihr eingepennt. Okay, jetzt kann ich dich auch gleich heilen. Genau. Ich glaub, ich mach ein Speer gegen ihn. Der Pilz geht echt nicht, dann muss einmal Breakdance, aber schlägt mir bewusstlos. So. Jetzt ist Froster-Level aufgestiegen. Und ich bitte auch noch mal ein Tränchen und ich bin nicht ich. Oli, du bist vorgelaufen. Boah. Achso, echt? Ja. Cool. Nicht auf den Pilz, nur auf die. So. Okay. Ah, endlich! Okay, okay. Wen greife ich an? Oh, da oben kommt ein Creme-Fuß. Der kann uns aber von hier nicht angreifen, deswegen... Soll ich ihn angreifen? Sau gut, ey. Sau gut. Okay, warte, ich will jetzt mal einen Megaschlag machen. Töten. Ich bin gleich 6. Haha, jetzt werden wir uns an dir rächen. Den DIN! Jetzt springt der über den Wasserfall über und sagt... Aha, war schön. Ich glaube wir machen echt mal nur Distanz-Wachen, das gibt's sonst nicht. Oh! Was war das? Da rechts ist auch einer. Und da rechts? Ja. Okay, ich mach den Pilz. Okay. Und wir? Weil den treffe ich wahrscheinlich wieder nicht mehr umherlang, trifft der mal so super. Super, das weiß ich. Geht der noch, oder? Okay, warte, ich mach den Creme-Fuß. Oh Gott. Da. Schlag ihn zurück. Geh weg, geh weg, geh weg. Hutz. Sehr schön. Oh, das trägt nicht so viel ab. Und... Boom. Schön. Okay, und jetzt hier, du kriegst auch noch einen. Bam! Sehr gut, sehr gut. Okay, warte, jetzt laden wir uns hier unten wieder auf. Ja, also wir müssen echt jetzt ein bisschen taktischer vorgehen als je zuvor. Das ist unheimlich eklig. Ja, das ist echt gut, warte. Also, ich weiß ja nicht, also wenn jemand von euch so ein kleiner Ziel auf Mother-Pro ist, kann er ja sagen, liegt's daran, dass unsere Level vielleicht zu wenig sind, weil wir haben gewisse Ausrüstung. Ich weiß es nicht. Und ich hab das mal, als ich das alleine gespielt habe, war ich an diesem Punkt niemals... Oh Gott! ... war ich niemals so gut gewesen an dem Punkt. Und, ähm, versteh das überhaupt nicht, wieso wir gerade hier so ablosen. Oh Gott, die Pilze sind am meisten. Oh, Achtung, 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 Achtung! Bringt auch mich runter! Aaaaah, ich muss hier mal gucken! Aaaaah, ich muss hier mal gucken! Aaaaah! Ne, wir müssen den Pilz machen, der Pilz macht am meisten Ärger, keinen Scheiß. Hat der schon ein Zauberschild gemacht? Ja, gerade eben. Okay, dann mach ich den hier zuerst. Dann mach den Pilz zuerst. Oh, guck mal, guck mal, guck mal! BOM! Verdammt! Wow! Okay, wenigstens ist der... Okay, ich heile, wenn ich wieder aufstehen würde. Und tot. Weißt du, ich wollte... Aaaaah! Mach eine Pause! Also ich wollte Hilfe, 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 Hilfe! Okay, jetzt reicht's. Lebenswass du für Janik? Wer ist tot, Janik? Ja, Janik, wieder. Wie dein Computer! Jedes Mal stirbst du! Wie viel haben wir noch? Drei! Okay, jetzt kriegt die, äh, Krähenfuß, kriegt jetzt nochmal hier so ein Shit. Und ich werde dich mal heilen, Cati. Ah, ey, dieser... Hilf! Denkt man, du bist Computer. Oh, toll. Jetzt nicht mehr. So, alte Cati. Okay, einmal Heilwasser, kommt sofort. Danke. Bitte, pronto, das war nur für Cati. Ja, sehr schön. Okay, also langsam mal was drauf. Langsam gewöhnen wir uns an die Gegend hier. Danke sehr. Wir müssen echt ein bisschen... Das war aber auch, glaube ich, nur scheiße gewesen, weil der erste Raum so klein war. Ja, ja. Das war übelst eng gewesen da. So, hier haben wir einen kaputten Baumstumpf. Guck mal, hier, das sieht aus, dieser Stein hier sieht aus wie Nordamerika. Das ist ein Zeichen. Achtung, Janik, ich kann gar nichts machen, geil. Ich kann gar nichts machen, geil. Scheiße, 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 scheiße. Du warst zu nah dran. Du musst echt aufschatten halten. Okay, warte, warte. Steh auf die Werte. Schön, komm, geh mit dem Lebenswasser, ich erlaub mich auf. Also Fernkampf, ich glaube Fernkampfwaffen sind hier echt wichtiger. Also ich denke mal, wir werden hier noch einen Buerkater treffen, aber ich weiß nicht, ob das schon so bald sein wird. Und ob dann irgendwie eine Schokolade tausend... Bist du du? Wenn ihr euch aufladet, bleibt erstmal hier unten, Leute. Also ich bin Computer, deswegen... Oh, ich muss mich drinnen gewöhnen. So, danke. So, kannst du, was macht der da? Ja, jetzt. Olli greif an. Okay. Ja, toll. Gut getroffen. Warte, ich bin ausgeladen. So, jetzt bin ich dran. Baaah! Baaah! Aber es ist eine schöne Gegend, Janik, oder? Also unten ist der Kränenfuß. Achtung, haben wir jetzt hier. Janik, komm mal hier rüber und komm von dem Vieh erstmal weg. Warte, ich geh dann noch. Wow! Ihr dürft nicht immer in die Schussbahn springen. Gehen wir hier unten rum mal und hauen den Kränenfuß weg. So. Okay. Arschloch. Hier links ist noch so eine Kröte, glaube ich. Warte, ich bin aufgeladen. Ich auch was. Aua! Jaaa! Oh Gott, wie mies ist denn das? Sehr eine Reichweite, ey. Das geht gar nicht. Achtung, nein! Nein, daneben. Nein, ich konnte es nicht mehr aufhalten. Ich konnte es nicht aufhalten. Ich konnte es nicht aufhalten. Ich konnte es nicht aufhalten. Komm doch mal weg! So, jetzt. Achtung, jetzt lass mich mal ran. Ist er tot? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Es hat sich nur noch beschädigt angehört. Okay, warte. Sehr gut. Schön. Ich bin noch aufgeladen, dann mach ich jetzt den Kränenfuß. Kränenfuß? Ihr müsst auch mal gucken, wenn jetzt so Kisten kommen. Da können echt geile Sachen drin sein. Okay. Ne. Achtung. Ah. Ah. Oh Gott. Genau so. Und jetzt. Bam. Ah. Ich habe das gleiche da. Da, 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 da. Truhe, 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 Truhe. Das wird mich jetzt wahrscheinlich umbringen. Wahrscheinlich. Tot! Nein! Unig! Sehr schön. Ich hatte gar nicht müssen, hier ist ein Typ. Äh, die Ruhe. Mimikrie, ne? Okay, äh. Wo geht's denn hier weiter? Weiß ich nicht. Also, mal alles absuchen. Nach oben geht's schon mal nach links. Okay, dann. Nach links. So. Da. Das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch gut aus hier. Was ist denn noch in der Wand? Äh. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch. Oh, ein Gegner. Ein Gegner ist auch mein Schwer. Ich muss wissen, wer das ist, damit ich weiß, wer für ein Zauber. Ja. Es könnte eine Natter sein, ja. Oh. Was soll ich zu behalten? Die war beim ersten Mal schon zur Scheiße. Ja. Wir gucken mal, ob's was bringt, aber ich glaube... Wow! Aber ich werde ganz normal auf sie schlagen, oder? Die macht schon, bauen wir das aber kacke. Ich hab das abgezogen, ich hab nicht geguckt. 345, glaub ich. Ja, war das gut. Okay, jetzt schlage ich. Nimm den. Was? Ey, grad, wo ich ausgeholt hab, ey. Janik, mach mal im Allheil. Allheil, allheil. Ich guck gleich mal, wieviel Wieso hier zieht. Schön. Und... Ja, ne, du lernst sehr schnell, äh, in dieses Spiel zu spielen. Also, das war jetzt grad bei 260, jetzt guck mal, wieviel Wieso hier zieht. Okay. Ich guck so gar nichts hin. Oh, ne, wir nehmen den Blitz. Komm, 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 trifft. Hab ich jetzt getroffen, ob du kommst? Ja, das ist ja gleich scheiß worden. Uuuuuh. Uuuuuh. Also, das ist okay, weil ich hier einfach nur bis 6 aufladen. Ich hoffe, der Bubacata kommt gleich. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Hallo. Hallo. Wo ist denn? Dann wird er getötet. Warum geht das nicht? Scheiße, das ist nicht im Bild. Wo ist er denn? Oh, toll, ey. Scheiße. Toll. Nein. Nein, ich auch. Ich hab mich die ganze Zeit teilen, aber ich hab mich dazu. Scheiße. Olli. Wie viel Lebenswasser haben wir noch? The last man standing. Wie viel Lebenswasser? Eins. Das musst du mir geben. Nein, mir, Olli. Ich hab Angst zauber. Wen hast du mehr Lied? Ja, aber ich hab Angst zauber. Er hat doch geliebt. Ja. Ach so. Ja, aber nee. Ach so. Okay, doch, ja. Ja, pass auf, dass er jetzt nicht stirbt. Er hat nur 39 Kaffee. Nein! Ich hab da nur 39 Kaffee gemacht. Ich will doch. 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 Es geht nicht. Was hab ich jetzt? Gib ihm was. Schokolade. Wo kommst du raus? Oh Gott, da ist er weg. Scheiße. Oh Scheiße. Und ihm reich raus. Ich kann nicht sagen. Schokolade. 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 Das Üben ist auf und abgesehen. Ah Gott. Scheiße. Ey, jetzt verpiss ich aber nicht. Nein. So gut. Ja, okay. Das war's. Das war's. Alter, siebenmal hab ich abgefeuert. Das gibt's gar nicht. Ich glaub nicht, hab ich abgesehen, ey. Längst sie. Getötet und gezappelt. Wieso haben wir nicht gesaved vom Endgegner? Weiß ich doch nicht, weil ich nicht wüsste, dass ein Endgegner kommt. Scheiße. Ja, wir haben doch dann gehört, dass der Endgegner kam. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesen schönen Endgegner wieder. Alter, ey. War es schon Ende? Ja. Oh man, das war halt schlecht gewesen. Oh, schon vorbei. Guter Part. Tschüss. Wiedersehen.